In der Prophezeiung heißt es, dass du den Splitter finden wirst. Den Splitter des Kristalls. Um unsere Welt zu retten, Maulwurf, musst du den Kristall finden, ehe die drei Sonnen zusammentreffen. Denn sonst werden die Skeks ewig herrschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die Achtzegengarte, ja, ja, müssen wir aufrufen. Und die dunklen Kristallkarte, ja, ja, ne, doch, ja.